Heute startet das neue Minecraft Projekt Minecraft Elements, welches früher Stone Attack und Sky Attack waren, nur dieses Mal fusioniert. Es gibt quasi drei verschiedene Dimensionen, Sky, Stone und Nether und jeder Spieler kann sich am Anfang seine Dimension auswählen. Also Freunde, wenn ihr mehr davon wissen wollt, schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Vergesst auch nicht unbedingt diesen Kanal zu abonnieren, Freunde, würde mich wirklich sehr, sehr supporten und lasst außerdem eine positive Bewertung da. Jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Minecraft Elements, beziehungsweise nur zur Einordnung, Stone Attack 2, nächste Season des Sommer Skyblock Projekts. Es ist am Start und dieses Mal neuer Name, weil es hat nicht mehr gepasst. Es ist extremst viel dazugekommen. Jeder Streamer kann ein Setting wählen, ob er Skyblock spielt, Stoneblock oder, als es neu dazugekommen ist, Netherblock. Dieses Jahr gibt es ein paar weniger Trades, als ihr das aus anderen Seasons kennt. Es gibt nämlich nur eine kompresste Version von Items, nicht mehr Double, Triple, Quadruple. Weil, wozu? Deswegen ist einfach das Trade-Angebot kleiner, hat aber nichts mit Content-Inhalt zu tun. Außerdem gibt es kein Spawn-Ei. Das geht automatisch. Die sind auch weg. Das heißt, nicht wundern, wenn die Villager weniger Trades haben, ist es trotzdem mehr als letztes Jahr. Damit die drei Dimensionen funktionieren, habe ich, by the way, einen Energiekern gecraftet und den werden wir jetzt gemeinsam aktivieren. Ja, und mit dem Energiekern werden die drei Dimensionen verbunden und wir können dorthin reisen. Was? Das ist also die Quelle der ganzen Erschütterung. Die verschiedenen dunklen Welten sind in Aufruhr und haben diese Energie gespürt. Damit kann man eigene Welten erstellen und über sie herrschen. Das sollte nicht in den Händen der Spieler bleiben. Ich habe eine Frage. Ich werde den Energiekern an mich nehmen und meine eigene Welt erschaffen. Der hat ihn geklaut, Leute. Was? Der Energiekern verschwindet und zwischen den Welten fängt an zu bröckeln. Leute, wir haben ein Problem. Wir müssen jetzt die Welten wieder verbinden. Ich glaube, wir haben noch genug Energie, euch dahin zu schicken. Das heißt, ihr könnt vorne die Klasse dann auswählen, wo ihr hinwollt. Ich werde euch einen Techniker an jede Dimension mitschicken, an den Spawn. Der wird euch helfen und sozusagen die Startquests geben. Und jetzt wünsche ich euch... Oh. Hallo. Achso, wir sind schon hier. Warst du auch ein bisschen schnell? Ja, das war gerade... Ich war abgehakt auf einmal. Auf den Energiekern. Hallo, Erfo, hallo. Okay, wir sind da, Freunde. Pass auf. Willkommen in einem neuen Heimatkurs. Enderkissen sind beispielsweise äußerst instabil. Da solltest du keine Gegenstände hineinlegen, dass sie jederzeit verschwinden könnten. Oh. Okay, also, Freunde, ganz kurz erklärt. Es gibt dieses Jahr wieder Stone Attack. Aber diesmal heißt es Minecraft Element. Es gibt drei verschiedene Orte. Drei. Und zwar einmal Sky Attack quasi, hier, wo wir sind, wo ich mich entschieden habe. Dann normal Stone Attack, so wie letztes Jahr. Und Nether gibt es jetzt auch. Das ist neu. Aber das hat alles seine eigenen Elemente, mehr oder weniger. Zum Beispiel beim Nether gibt es ja kein Wasser. Farmen funktionieren nicht so, ne? Ihr checkt. Dann Stone Attack war wie letztes Jahr. Und Sky Attack fand ich bis jetzt am geilsten. Und deswegen bin ich wieder hier. Das ist der Plan. Und ich glaube, wir fangen jetzt gleich an und werden jetzt schon mal so ein bisschen klitzeklein anfangen. Also der Villager, der Villager hat zu uns Folgendes gesagt. Leg all deinen wertvollen Stuff in die Enderflust. Nein, das nicht. Die Welt ist instabil. Ich werde jetzt meinen Baum abbauen und ihr? Ja, ich auch. Soll ich weiterverlösen? Ja, die Welt. Es geht weiter. Wenn ihr auf alles klar drückt, geht es weiter. Ach so. Außerdem solltest du wissen, dass du vorerst gestrandet bist. Es besteht derzeit keine Möglichkeit, Kontakt zu den anderen Dimensionen. Müssen wir uns jetzt schon entscheiden, welche Welt wir gehen? Ja, also auf das Schild rechts klicken und dann im Chat nochmal drauf bestätigen. Wo gehst du hin, Farbo? Sky. Warum? Sky ist besser, oder was? Ja, ne? Also ist halt, also fand ich cool. Nether ist halt neu. Weißt du? Wer ist alles Nether gegangen? Weiß ich nicht. Sehe ich nicht. Okay, ähm, ich würde, also ich glaube, okay. Bis später, Farbo. Tschüss, äh, Stegi. Außerdem solltest du wissen, dass du vorerst gestrandet bist. Es besteht derzeit keine Möglichkeit, Kontakt zu den anderen Dimensionen herzustellen. Hilf mir einen Weg und ich kann möglicherweise wieder für eine Befindung herstellen. Was muss ich tun? Ich bedürge einige Ressourcen und dann können wir weitersehen. Ich bin dabei. Let's go! Bitte bringen wir zu Beginn 200 Cobblestone. Und übrigens, bevor es, ich vergesse, hier ist eine kleine Starterbox, damit du diese Dimensionen überleben kannst. Let's go! Wir haben den Anfangsblock und das Anfangszeug. Und jetzt beginnt es. Okay, und jetzt ist es quasi, das ist hier quasi wie Stone Attack letztes Jahr. Mit so ein paar Quests und Dingern. Aber hauptsächlich spielen wir Sky Attack. Und wir müssen hier einfach unsere eigene Welt aufbauen. Ich habe mich für Sky entschieden, wie gesagt, weil ich halt das einfach letztes Jahr am coolsten fand. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, farmen wir 200 Steine. Ich glaube, im Norden hier ist cool. Ich baue hier meinen Cobblestone-Generator. Wenn mir den jemand klaut, dann scheppert. Wie machen wir das jetzt? Wir machen das jetzt hier so. Dann so. Dann so. Und dann so. Jo! Okay, und jetzt fahren wir kurz 200 Cobblestone und gucken, was dann die nächste Ding ist. Es gibt auch XP, wie ich hier gerade sehe. Ich check schon, ich check schon. Okay, ich glaube, no joke. Es könnte hier wirklich ein geiles Projekt werden. Das hier ist, wie gesagt, die erste Folge. Und die Tage darf man dann hier auch streamen. Das wird cool. Das Mining-Level ist gestiegen. Level 1. Achso, meins. Oh, ich bin Mining-Level 1. Was bringt mir das jetzt? Okay, 200 Cobblestone. Wir haben jetzt knapp 100. Es verbrennt auch so viel. Das ist so nervig, leider. Ich glaube, da klaut jemand. Okay, also wir haben jetzt unseren Stack. Und gleich 8. Boom. Und ich glaube, jetzt müssen wir rein theoretisch bei dem Villager das abgeben können. Hast du die 200 Steine dabei? Yes. Wunderbar. Du hast bemerkt, dass du deine Bergbaufähigkeiten geleveln kannst. Je höher dein Bergbau-Level ist, desto mehr Steine erhältst du. Okay. Oh, beim Abbau. Jedes Level erhöht die Dropmenge um 5%. Okay. Ab Level 20 verdoppelt sich die Anzahl der Steine. Ab Level 40 verdreifacht sich. Und so weiter. Okay, cool. Als nächstes benötige ich etwas organisches Material. Kannst du mir bitte 100 Eichenholzstämme bringen? Boah. Mach ich, Chefe. Ach, wir machen Osten diesmal. Komm, ist egal. Nee, lass Norden. Norden, Norden. Okay, chill. Norden ist bei mir. Jawohl, hey, Mann. Ich sehe dich. Ich stelle jetzt einen Steiger mit meinen Sachen hier hin. Okay. Baut man mit Slabs? Baut man mit Slabs, Heiko? Ja, ne? Ja, baut man mit Slabs. Aber so ein Block runter. Bottom Slap, Bottom Slap. Boah, boah, shabobs. Wichtig, wo bist du? Der Einzige in Stone. Ein Stein? Du bist der Einzige. Ich bin alleine mit Achtung jetzt festhalten. Crocodile Andy und Basti zockt. Wo, wo bist du? Crocodile Andy, sagt er. Warte mal, können wir dich auch einfach sein, um da Erd zu fahren? Ich bin bei Stone. Ach so, da ist er. Boah, la. Bericht mal, bericht mal. Du kannst für uns fahren. Ja, ja, genau. Was gibt's da so? Was gibt's da so? Was gibt's da so? Reefrew? Ich will nicht spawnen, aber ich will halt so trainen die ganze Zeit. Was gibt's da? Was gibt's da? Wie sieht's da aus? Junge, das steht ja genau letztes Jahr. Einfach eine freie Fläche. Aber Erze? Gibt's da Erze? Nee, nee. Ich weiß noch nicht, selbst noch nicht, wie man auch auf Erze kommen will. Weiter nicht. Okay, Freunde, passt auf. Mein Plan ist es. Ich weiß aber nicht, ob ich das Ganze so umsetzen werde. Also, ich werde mich jetzt hier alleine Richtung Norden erstmal bauen. Und dann mal gucken, wann ich... Das ist ja hier heute nur erste Aufnahme. Und ich weiß nicht, wann ich dann hier wieder zocken kann. Deswegen baue ich mich jetzt erstmal hier lang. Claim mir diese Seite mal. Und ich habe nämlich einen Plan, was ich eventuell bauen wollen würde. Eventuell hat das auch was mit meinem Avatar-Skin zu tun. Will jetzt aber noch nicht zu viel sagen. Deswegen, ich baue mich jetzt hier einfach mal 100 Blöcke weg. Baue hier hinten mir so eine kleine eigene Basis für die erste Aufnahme. Mach ein paar Schilder hin und so. Und dann, glaube ich, werde ich mal gucken. Eventuell, weil ich habe... Ich würde gerne was bauen. Und das dauert, aber ich weiß nicht, ob das hier alles auch so möglich ist. In Zone Attack. Deswegen müssen wir da mal schauen, okay? Also, auf jeden Fall, was ich bauen will, so viel kann ich sagen, wird auf jeden Fall richtig groß. Und hat halt was mit Avatar zu tun, ne? Aber mal schauen, was das Projekt auf sich bringt. Das ist ja hier gerade nur der Start. Und mal schauen, was so alles möglich ist, ne? Kann man ja jetzt alles noch nicht sagen. Aber für die erste Folge, glaube, passt das, was wir jetzt hier erstmal vorhaben. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Dicker, was hier gerade passiert wäre. Was denn? Junge, ich wollte einfach nur Wasser-Eimer nehmen vom Stinks. Und ich wollte halt denen anzeigen, dass ich eine unendliche Quelle machen soll mit einem Wasser-Eimer. Dann hat mich Pumi geschlagen. Ich war auf ein Herz. Jetzt habe ich ein halbes. Und dann war daneben eine unendliche Wasserquelle. Dann habe ich einen Eimer genommen, Dicker. Und dann ist dieser scheiß Creeper fast explodiert. Und wenn ich hier gestorben wäre, wäre ich wäre... Nö, das wäre es gewesen. Oh Mann, oh boah, nie, ey. Ich könnte jetzt die nächste Quest gleich machen. Ja, dann viel Spaß. Ich habe nicht einen. Willst du mitkommen? Willst du herkommen an die Mitte? Ich will auch in die Mitte. Wartet auf mich, Beaty. Ich will die nächste Quest sehen. Ich bin da, ich bin da. Jawoll! Wartet kurz, wartet, 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 wartet. Nein, nein, nein. Abgeben. Da liegt ein Apfel. Oh mein Gott. Das hast du so nicht übermehrt, dass du den Fähigkeiten an der heutigen Stelle erhöhen. Das levelt einen Ertrag. Okay. Okay. Als nächstes brauchen wir 16 Knochenmehl. Okay. Wie geht das denn? Super. Skelette? Plattform? Maybe? Stimmt, hast recht. Okay, Freunde. Also, wie gesagt. Ihr seht, hier gibt es jetzt ganz viele Quests, die wir machen müssen. Das mit dem Holz. Jetzt muss man Baumehl und so. Das ist der ganze Fortschritt mäßig von Skytech. Wir müssen jetzt immer so schrittweise die nächsten Quests abgeben und so. So ist das Ganze aufgebaut. So Sky-Block-mäßig. Aber ich will... Ich will aber nicht zu viel spoilern und auch nicht zu viel jetzt zocken, wo man es nicht streamen darf. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt hier noch so richtig reingrinde. Ich glaube eher, dass ich das meiste on-stream machen will. Aber für die erste Folge, Freunde, soll es das hiermit gewesen sein. Wir haben so den Anfang mitbekommen. Ihr habt die Regel erklärt. Wie gesagt, es gibt drei verschiedene Sachen. Sky, Stone und Nether. Alles ist ein bisschen unterschiedlich. Wir sind hier bei Sky. Wir können später, wenn wir diese Hauptquests fertig haben, auch hin und her reisen. Das habt ihr alles mitbekommen. Das wird ein sehr, sehr cooles Projekt. Ich werde das Ganze größtenteils streamen. Und dann aber, denke ich auch, wenn coole Sachen passieren, ohne Apfel, yeah. Wenn coole Sachen passieren, auch mal das ein oder andere Video dazu hochladen. Eventuell auch auf dem Zwei-Kanal. Generell könnt ihr gerne auf dem Zwei-Kanal und auf meinem Rage-Kanal vorbeischauen und so. Checkt ihr, checkt ihr, checkt ihr. Aber, Freunde, das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, Freunde. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao.